Hallo ihr Hübschen und wunderschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier zu Linn News. Und ja, wir müssen mal über eine Sache reden. Corona zeigt uns ja gerade, was wir alles so mitmachen. Und mit wir meine ich uns als Bevölkerung von Deutschland. Natürlich, das will ich gleich vorneweg nehmen, es ist überhaupt keine Diskussion, dass es alles absolut wichtig ist, dass wir uns an die Regeln halten, an das Kontaktverbot, an die Ausgangssperre etc., Quarantäne und so weiter. Allein zum Selbstschutz, aber vor allem auch zum Schutz für andere, die es mehr brauchen. Ihr wisst schon, Alte, Vorerkrankte und so weiter. Und dennoch paaren sich in dieser Art von Einschränkungen, die uns jetzt auferlegt worden sind, noch andere Ideen, die ich mehr als kritisch beäugen muss und die immer noch nicht vom Tisch sind. So zum Beispiel die grandiose Idee von unserem Gesundheitsminister Spahn, die mit dem aktuellen Coronavirus infizierten Patienten per Handy-Ortung zu überwachen. Damit also festzustellen, wohin sie sich bewegen und sicherzustellen, dass sie sich am besten gar nicht irgendwohin bewegen, wo andere Menschen sind. Quasi, dass sie einfach da bleiben, wo sie zu sein haben, nämlich drin. Und das wurde zu Recht stark kritisiert. Auch ich finde, das geht deutlich zu weit. Der Staatsapparat nutzt ja nun schon seine Möglichkeiten. Er appelliert an die Bürger. Gut, das klappt zum überwiegend größten Teil zum Glück. Es gibt immer noch einige Idioten, die sich nicht dran halten wollen. Aber auch dafür fährt ja nun mal die Polizeistreife und es gibt einen Ordnungsgong oder nun mal eine saftige Strafe, die sich zu Recht auch gewaschen hat, falls man gegen diese Auflagen verstößt. Wir müssen also tatsächlich ein bisschen darauf achten, dass sich in dieser Einschränkungen, die wir jetzt gerade auferlegt bekommen haben, nicht auch noch eine Art totalitäre Überwachung reinmischt. Es wurde natürlich scharf kritisiert, wie gesagt, und auch erst mal abgewiesen. Aber wenn man den Tageszeitungen Glauben schenken darf, ist die Diskussion noch nicht gänzlich vom Tisch. Auch die Telekom zum Beispiel hat dem Robert-Koch-Institut erst mal, wohl anonymisiert, unzählige Nutzerdaten und damit verbundene Bewegungsprofile von Telekom-Mobilkunden anvertraut. Das RKI weiß damit im Moment gerade gar nicht wirklich umzugehen. Aber jetzt, wo sie diese Daten schon mal geschenkt bekommen haben, überlegen sie sich tatsächlich auch, was sie damit in Zukunft machen können. Ich persönlich denke tatsächlich, wir müssen ein klein wenig darauf schauen und ein bisschen sensibler dafür werden, was man, auch wenn das hier eine absolute Ausnahmesituation ist zurzeit, aber was man in Zukunft plant, um bestimmte Freiheitsrechte oder auch Persönlichkeitsrechte auszuhebeln, um der Sache Herr zu werden. Denn auch so eine Krise, wie wir sie aktuell erleben, rechtfertigt nicht die Entmündigung sämtlicher Bürger. Da braucht es tatsächlich schon mehr Kommunikation, Transparenz und eine gehörige Portion gesunden Menschenverstand. Eure Meinung dazu auf jeden Fall in die Kommentare und da oben abstimmen. Sagt ihr, nein, aktuell ist jedes Mittel recht. Auch diese Handyortung und Überwachung darf stattfinden. Oder sagt ihr, halt, 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 stopp. Das ist so ein Eingriff in das Leben eines jeden Einzelnen. Das will ich nicht. Darüber gerne diskutieren. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Und abstimmen da oben. Ihr kennt das Spiel. Bei jemandem, dem man auf jeden Fall im Auge behalten sollte, handelt es sich um, nun ja, Großkonzerne. Die nutzen die aktuelle Situation nämlich schamlos aus. Das beste Beispiel dafür wäre zum Beispiel der gigantische Shitstorm, der sich am Samstag und Sonntag online über die Firma Adidas ergossen hat. In der Corona-Krise ist es möglich, dass Menschen und Unternehmen, die darauf wirklich angewiesen sind, eben weil ihre finanzielle Situation gerade eine Notlage ist, dass sie Mieten aussetzen. Dass sie also jetzt nicht auf vorrenten Fixkosten sitzen bleiben, die sie ohne, dass sie ihre Räumlichkeiten, Werkstätten, etc., Studios und so weiter nutzen können, letztendlich in den finanziellen Ruin treiben können. Jetzt muss man dazu sagen, Adidas gehört da nicht unbedingt zu. Nein, Adidas hat 2019 einen Gewinn von 2 Milliarden Euro verzeichnen können. Und trotzdem, was tut Adidas? Genau, nutzt diese durchaus hilfreiche Idee aus und sagt, wir zahlen auch keine Miete mehr. Booyah, Bitches! Blöd nur, es geht eigentlich tatsächlich um Unternehmen, die finanziell darauf angewiesen sind, um nicht in eine unwiederbringliche Notsituation zu geraten. Adidas wollte dennoch die aktuelle Situation bewusst und absichtlich falsch verstehen und sämtliche Mietzahlungen einstellen, auch wenn das zum Beispiel private Vermieter, die damit wiederum ihr Geldverdienen betrifft und die dadurch wiederum in diese sogenannte Notsituation geraten. Das ist dann der scheiße Kreislauf. Schön zynisch ist vor allem, dass Adidas aktuell den Slogan Together we'll get through this promotet. Ja, zusammen kommen wir da schon durch am Arsch. Nun muss man jedoch sagen, etwas entspannter ist die Situation schon, das Unternehmen hat reagiert und möchte an private Vermieter weiterhin Mietzahlungen leisten. Tja, da kann man mal sehen. In Zeiten der Not fangen die Leute plötzlich an, sich wirklich zu solidarisieren. Da bist du als Global Player mit Milliarden umsetzen und verlogenem Slogan auf einmal ganz schnell unbeliebt. So fix kann's gehen. Dass Deutschland im Gegensatz zu anderen EU-Ländern beziehungsweise generell anderen Ländern in der ganzen weiten Welt, was die Digitalisierung angeht, ordentlich abgehängt worden ist, weil man sich einfach nicht vernünftig drum gekümmert hat und jahrelang einfach keine kompetenten Menschen im Team hatte, die sich darum hätten kümmern müssen. Das ist an und für sich ein alter Hut. Und trotzdem fällt es uns hier in Deutschland ausgerechnet jetzt in der Corona-Krise richtig auf die Füße. Krankenhäuser zum Beispiel stellen auf einmal fest, dass sie nicht in der Lage sind vernünftig, digital miteinander zu kommunizieren, sondern sich irgendwie anrufen müssen, in irgendwelchen Aktenschränken wühlen müssen für irgendwelche Anträge und dabei nicht einmal in einer großen digital zusammengefassten Datenbank checken können, wo sind wie viele Intensivbetten zum Beispiel aktuell in Echtzeit nachvollziehbar noch frei, wer hat wo welches Material, wer kann wann wie wo irgendwas umschichten, wo ist Personalmangel, wo gibt es Personal, das zum Beispiel noch irgendwo eingesetzt werden kann, alles nicht machbar. Es gibt keine deutschlandweite Datenbank, die sowas zulassen würde. Aktuell, muss man allerdings dazu sagen, haben sich einige findige Menschen zusammengetan und versuchen auf eigene Faust in verschiedenen Nacht- und Nebelaktionen eben solche Datenbanken zu erstellen. Mittlerweile sind es über 44.000 freiwillige Hacker, Programmierer, Ingenieure etc., die sich darum kümmern, solche Datenbanken zu erschaffen und das in Windesteile. Auch der Vodafone-Chef in Deutschland sagt, es ist aktuell mitten in Zeiten der Krise ein absoluter Aufwind, ein Riesenaufbruch für die deutsche Digitalisierung. Und die brauchen wir, denn wir sehen jetzt auch gerade, Schüler und Studenten sind heillos überfordert. Gerade Grundschüler und Schüler bis zur 10. Klasse oder ins Abitur rein wissen zumindest nicht konkret genug, wie sie vernünftig zum Beispiel mit Lehrkräften kommunizieren sollen. Zuhause mit den Eltern lernen, gut und schön. Aber hätte die Digitalisierung auch die Digitalisierung der Schulen nicht so lange gepennt, dann wären wir in Deutschland mittlerweile einfach anders aufgestellt. Und es könnte Heimunterricht stattfinden für jeden einzelnen Schüler mit dem dementsprechenden Lehrer. In anderen Ländern ist das kein Problem. Da funktioniert das tatsächlich wunderbar. In Deutschland sitzen verzweifelte Mütter und verzweifelte Väter mit ihren Kindern vor irgendwelchen Arbeitsblättern, die sie per Mail in einem Pamphlet mit 60 Seiten bekommen haben und versuchen autodidaktisch plötzlich Lehrer zu spielen. Was nicht funktioniert. Diese tollen Menschen studieren nicht umsonst jahrelang für ihren Job. Nicht jeder ist Pädagoge. Trotzdem, wir werden sehen, ob nicht so ein wichtiger und sinnvoller Schwerpunkt mal wieder Thema wird, wenn das Ganze hier überstanden ist. Oder ob es dann auch wieder heißt, aus den Augen, aus dem Sinn. Ich hoffe nicht. Wer die Digitalisierung tatsächlich maßgeblich vorantreiben könnte und das weltweit, ist niemand geringeres als Elon Musk. Während zum Beispiel in der letzten Woche zum Teil sogar bei Behörden Anrufe eingingen, es käme zu UFO-Sichtungen, einfach weil sich so wahnsinnig schnell bewegende Leuchtpunkte, die wesentlich schneller waren als Flugzeuge, aber auch zu hell für zum Beispiel uns bekannte Satelliten, die man manchmal so sieht und zu langsam und zu lange am Himmel für Sternschnuppen, ja dann müssen das doch einfach UFOs gewesen sein. Nein, falsch gedacht. Was man da am nächtlichen Himmel gesehen hat, waren keine UFOs. Nein, es waren welche von den 360 Starlink-Satelliten, die Elon Musk mit seinem SpaceX-Programm schon mal in die Umlaufbahn befördert hat, um irgendwann ein weltumspannendes, satellitengestütztes Internet zur Verfügung stellen zu können. Na Halleluja! 360 Stück. Hoffen wir mal, dass die Dinger nicht alle auf einmal runterfallen. Aber die Idee mit dem weltweiten Satelliten-Internet für jedermann von Starlink, die ist nice. Viele von euch haben sich in den Comments und auf Social Media gewünscht, dass ich nochmal das Thema Xavier Naidoo aufgreife und obwohl ich den Spacken normalerweise nicht mit der Kneifzange anfassen würde, wisst ihr ja, euer Wunsch ist mir Befehl. Manchmal. Xavier Naidoo hat sich jetzt zu seinen irren und wirren Äußerungen nochmal, nun ja, geäußert und hat auch einige Worte über seinen Rauswurf bei DSDS verloren. Gefragt wurde er an und für sich, warum er sich überhaupt dafür entschieden hat, dort teilzunehmen. Seine Antwort, er hatte Bock drauf, er kennt Dieter Bohlen, die mögen sich eigentlich ganz gerne. Vor allem aber, und das hat er sich schön zurechtgekaspert, wenn ihr mich fragt, hat er jetzt behauptet, er hätte bewusst die Reichweite von RTL ausgenutzt, um Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, denn jetzt kommt ja bald ein neues Album raus und das ist ein etwas politischeres Album, ein patriotisches Album. Und nachdem das Album veröffentlicht wurde, also wird, danach hätte ihm wohl niemand mehr so eine Chance angeboten, so eine Reichweite wahrzunehmen und in so einem Format teilzunehmen. Da denke ich mir schon wieder, heilige Scheiße, was kommt von Naidoo da jetzt für ein Album raus? Sollen da so Hit-Singles drauf sein wie Alter, ich schwert reich, Bürger? Oder der Smash-Hit, es eskaliert gleich? Zusammen mit Naidoo's selbstkritischem Song, wer macht denn sowas? Ja, wir werden schauen, ob das nun tatsächlich ein genialer Marketing-Coup von ihm war, oder ob er selbst einfach gedacht hat, er könne weitermachen wie bisher, denn wie gesagt, Xavier Naidoo's, nennen wir es mal nicht Reichsbürgernähe, auch wenn er vor Reichsbürgern auftritt und dort reden hält, nennen wir es mal seine krude Liebe zu reichsbürgernahen Themen. Die ist seit Jahren bekannt und trotzdem ist er durch sämtliche TV-Formate und durch sämtliche TV-Sender gehüpft und getingelt wie kein zweiter. Jetzt allerdings war es ausgerechnet RTL, die die Reißleine gezogen haben. Schauen wir mal, was für ein Album da kommt, wie krude das tatsächlich wird, und wie sehr er den Hass und den Menschen damit noch befeuern will. Ich persönlich will gar keinen Hass befeuern. Ich habe euch alle lieb. Vielen lieben Dank für jeden Daumen hoch, für all euren Support. Einen ganz besonderen Dank nochmal an alle Kanalunterstützer. Vielen lieben Dank dafür und bis dahin, Freunde, lascht euch die Hände, bleibt daheim, macht's nicht gut, macht's besser und jetzt schönes Corona-Community-High-Five. Drei, zwei, eins, huuuu, macht's gut. Hallo Freunde, tja, wenn auch ihr euch gerade fragt, oh Gott, bin mit so ziemlich allem durch, was soll ich denn jetzt noch machen? Dann habe ich hier einfach mal meine fünf Lieblings-Film-Genre für euch und aus jedem Film-Genre, das ich euch gleich hier irgendwie vorstelle, zeige ich euch noch drei meiner absoluten Favoriten-Filme.